Moin moin liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rainbow Six Siege mit dem Geiselretter Böhn und Kim. Ich fahr nach unten. War wieder raus? Das ist unpraktisch. Also unten sieht's sauber aus. Unten ist Klee. Ja, sie sind oben. Böhn, warum fährst du auch nach unten? Gute Arbeit. Ja, weil's da. Ja, weil's warum sind wir. Oberhalb der Bar. Äh, ja. Kann ich bestätigen. B90. B90 da. Oja. 10 Sekunden bis Einsatz. Frost hab ich gesehen. Und Dan Rook, aber sonst noch. Einer geht nach unten. Wir brauchen mehr Feinde identifizieren. Warte, ich fahr mal noch mal ne Runde. Die haben ja ne Doppelbarrikade aufgebaut. Wobei im Raum selber ist aktuell nur die Walküre. Aber ich hab Angst, dass die Pulse haben. Und dann hab ich Arsch gerade getrunken mit meinem Operator. Imperator, Ecuador. Ich könnte wetten, da drüben in dem Fenster ist gleich einer. Ja, wir schießen. Wir machen hier doch für Lärm. Ich wechsle Magasine. Wir machen hier. Gut, ich wurde entdeckt. Leute, ihr macht mir hier alles auf. Ich kann hier nicht mehr. Ein Feind draußen? Feind draußen. Komm, umzuholen. Tötet lieber Leute. Hat das nicht geschaffen. Irgendwo. Hörfersplittergranate. Hat er drüben. Wo ist er? Fluch. Wechsle, wir fahrer ziehen. Der fuck. Wunder pro einer Sonde. Sturzweinsatz aktiviert. Sturzweinsatz elektronik. Nein. Lol, ich hab mit meiner Füße aus dem aktiven Verteidigungssystem zu schicken. Leck nicht doch! Direkt unter euch. Fenster sein, aber da neben dir. Ich weiß, dass die Frost... Fick dich! Alles tot. Ich hab ne dreiviertel Stunde gewusst, dass der Ficker da drüben ist und keine Sau hat es interessiert. Off. Fuck off. Höhen über der Reinforcement reinschießen. Komm, ich te... Oh, das ist... Freakill. Na, du warst schon mal besser mit dem Sniper, ne? Nö, eigentlich nicht. Ich hab nur Glück gehabt, dass du es. Also unter uns ist einer, oder? Ja. Der Rugg ist direkt unter euch. Du hast noch einen Schuss. Ja. Der muss sitzen. Du kannst doch einfach reingehen und die Geisel rausholen. Pass auf, Fenster rechts hinter dir. Links hinter dir. Oh, nein, nix hinter mir. Ich rede auch mit Böen. Ich bin das, wenn sie direkt hinter dir ist offen. Da ist er, da ist er noch mal. Schießen doch mal. Ich drohe dich auf den Schrauben reinstellen. Hm? Der selber drauf kommt, wenn es eine Falle ist. Bitte? Der selber drauf kommt, wenn es eine Falle ist. Ja, nachdem du eine Dreiviertelstunde lang wusstest, dass da der Frost ist. Nice. Wer ist es? Der Rugg. Der ist bei der Geisel. Kommt zur Geisel. Und ist tot. Nice! Das müssen wir sie gefunden haben. Einfach so. Schon wieder nix gekillt, Mann. Das ist doch zum Kotzen. Das finde ich zum Kotzen, ey. Ich auch nicht, ey. Das läuft heute gar nichts. Das ist totes. Nimm doch das Schild. Kim. Beim Nix langt. Man killt auch nichts. Nein, vielleicht gerade weil er einen Operator hat, der theoretisch wenig killt, macht er dann die Kills. Genau, umgekehrte Psychologien sind so ein Scheiß. Das ist bestimmt wie so ein Quantenphysik, Scheiß, Mann. Ihr habt keinen Humor. Aber da zieht nicht viel. Da stimme ich dir sogar zu. Ich gehe nach oben, mach zu. Meine Kamera ist da. Ich habe im Tunnel eine Kamera platziert. Kann ja nicht schaden. Nope. Nö, so schüchern die, ne? Mensch, nur jetzt. Alter, ernsthaft. Ich muss hier eigentlich fünf Sekunden. Ich verarsche. Ah, ein Eifreifer. Die Drohne gekriegt hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Ach, komm mal, eine Drohne. Ich habe noch eine. Eine Drohne übrig, oder was? Also ich habe genau eine, ich habe jetzt zwei Drohnen gekriegt insgesamt. Macht man nicht überall zu, so laufen die doch nie meine Booby Traps. Ja, und ich kann sie auch nicht abschießen. Ich setze den Sensor ein. In Dervin kann die jetzt Spaß machen, das ist lustig. Oder in Dervin, das ist doch viel lustiger. Ja. Wo kommen sie? Äh, Thatcher, keine Ahnung. Ja, aber guck mal lieber hier, da. Der Seite hier. Ja, da. Hinter uns. Über uns. Hinter uns. Ja, über uns, hinter uns. Also der Raum hier vorne. Da springt einer runter. Der Ort ist Kissen. Ich konnte Kim rächen. Sensor eingesetzt. Meine Munition ist leer. Wo geht's ab? Irgendwo bist du? Irgendwo in der Pampas. Wer war das? Hey, warum schießt der? Ja, warum schießt der? Der war nicht gut. Ich hab dir nicht gesehen. Ja. Ich bin mal frei. 3, 2, 1 weg. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde gesichert. Das war nicht gut. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde gesichert. Wow. Das sah nach Skill aus. So, wir mögen es ja sowieso lieber, ähm, mit Herausforderungen. Habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Okay. Am liebsten spiele ich Geisel. Dass du am liebsten die Geisel bist, das habe ich mir fast gedacht. So, hier, machen wir hier Butter bei die Fisch. Jetzt geht's ab. Ich würde ja sagen, Fischer bei die Butter. Fischer bei die Butter. Okay. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Wo seid ihr? Freik, ey. Mach jetzt einfach die Runde. Mach mal. Bei Action-Fotos für 6 Euro das Stück. Was geht ab? Oder was? Nee, vorderbar in der Garage. War jetzt einfach mal Action-Fotos für 6 Euro das Stück. Finde ich absolut gerechtfertigt. Hey, guck mal, der Chains-Fotos ist ja nett. Oh, da bin ich weg. Ja, ein, zwei, geh noch hoch. Ja, gut, das ist normal, ne? Das ist wirklich normal. Hämmer, cool so. Hämmer, cool, Ligi. Ah, die haben noch ein Fies-Mit. Oh, wir können da weiter bei für was? Oh, Port-Kai-Main-Zone-Operator. Kamerais weg. Also die erste zumindest. Wer klopft denn da so sachte an? Latsch dich mal aus, so rum, ne? Kamera 2 ist auch weg. Böhm, bei dir müssen noch eine Kamera sein, wenn du sie nicht schon hast. Alles klar. Nice. Äh, Leute, hier ist nicht reinforced, ne? Mach auf, los! Und offen. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal einen Weg nach drin. Ey, machst du ja auch mal, wie die ganzen anderen Leute einfach aufmachen. Egal. Was ist denn hier los? Das ist ja schön, das war's. Pass auf, oben. Kannst du mir Deckung geben, dass ich hochgucken kann? Ein bisschen heiß. Ja, genau. Mich erwischt es halt instant. Fick dich. Du findest es lustig. Du kommst ja... Ne, eben, ich hab meinen eigenen Kill, Alter. Wie heißt denn das denn? Hier ist der Puss. Puss ist tot. Aber da hinten hab ich noch einen außer Sehen gepinkt. Hilt das ja geil. Äh, hinter uns? Das sieht nur so aus. Hinter euch ist er hauptsächlich Bögen. Nein, unter dem Fuse, Alter. Das ist doch rot-krieg, boah. Achso. Ähm, da liegen Matten aus. Ich kann hier nichts mehr pingen. Winkung geben, mich laden nach! Okay, du kannst es schaffen. Ich kann ja eigentlich nur links sein. Direkt über euch. Ja, da kommt was. Hm, draußen, okay. Über den Flur. Da hast du ihn gesehen? Nope. Über den Eingang kam er rein. Da, was ist immer? Nein. Oh ja. Okay, wenn du so bestehend bleibst, kannst du dem Sledge ganz gut Deckung geben. Geh mal in den Raum rein. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Der flankiert jetzt bestimmt. Und was will er da flankieren? Da kannst du nicht viel flankieren. Er kann rausrennen. Ja, da draußen ist noch unser Böenli, unser Wecker. Ich lade ein neues Magazin. Wieso schießt dieser Typ besser, sehe ich mit seinem beschissenen Gewehr. Und renne sa-. Da hat er sich kurz gezeigt. Fakt, der C4. Ja, aber bis das C4 bei dir ist, müsste der Lumix ihn eigentlich erwischt haben. Unser Sledge, der halt die ganze Zeit dir hinguckt. Okay, jetzt guckt er natürlich nicht. Oh, Alter! Er ist genau dann weggegangen! Alter, das ist doch nicht sein Ernst! Wo war der? Der ist von oben runter gedroppt. Oder ist der unten rausgekauft? Ne, ne, der ist ganz rechts gewesen. Ach, wieso eigentlich? Wieso, ganz ehrlich? Nein, die ganze Zeit steht er hinter mir. Ne, dann geh ich mal weg. Pass auf. Äh, oben wahrscheinlich. Ganz unten links. Äh, ganz an der Wand. Da. Nice, ist gedauert. 100 Pro oben. Der rein, schnell rein, schnell rein. Muss über dir sein. Oder, Jäger? Da oben. Hä? Ne, ist tot. Das Fahrrad mega verspult. Geh mal rein und guck, ob so ein Kämpftes. Okay, auf der, da links oben. Ach doch, links oben. Mach dein Klappvisier weg, dann kannst du besser zielen auf die Kugel. Da, an der Ecke. Oh, da ist er, da ist er. 15 Sekunden. Wo denn? Da, links, weiter links. Es bleibt drin. Tippe, tippe. Ah, gut. Mist. Hey, Böhn, die mögen dich nicht. Ich wirst ja verrückt. Ich weiß. Also, dafür, dass du mit einem Sniper warst und M in einer MG, hast du lange durchgehalten. Doch. So. Aber wir mögen das Verteidigen ja eh lieber. Nicht. So, nehmen wir die Frost. Mit der kann ich am meisten Schaden verursachen. Definitiv. Ich brauche mal wieder ein paar Kills. Seit Kim tötet, äh, kriege ich nichts mehr ab. So. Das ist ja nice. Das ist ja praktisch. Keine Sorgen, äh, wegen der Knappen. So, wo wollen wir denn alles zuhören? Ich brauche noch direkt, wo ich stehe, eine Wand. Ich bin sogar noch extra einen Schritt zurückgegangen. Ja, toll, du bist ein Schritt auf mich zugegangen damit. Sehr praktisch. Ja, du hast, du hast in dem Moment geschossen, Alter. Was war denn das? Ich hab davor schon geschossen und du bleibst munter vor mich hin? Der erste Schuss kam, als ich schon vor dir war und dann rieche ich doch bei mir, bei mir, Kollege. Ich war quasi direkt neben dem Schuss. Dann hab ich zurückgezogen und dann wurde ich erschossen. Zum Glück habe ich noch keine Falle gelegen. Allsehender Bär, Wolf oder Schwein? Äh, was? Guck bei mir, Wolf. Guck bei mir, schnell. Schnell, 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 schnell. Ich muss gerade einen markieren. Jetzt hier, da. Wo bist denn du? Da bist du. Äh, mach doch alle. Nee, ich hab mal halt. Nee, das Schwein hatten wir. Gute Idee, machen wir es nochmal. Rechts von dir. Das kann ja nur schief gehen. Da ist jemand drin. Liegt da rum. Zwei Leute drin. Drei Leute drin. Oh ja. Und äh... Schön. Ich glaub, das wird jetzt lustig für dich. Alter, ich hab noch geschossen. Ich hab's gesehen, du bist denen in den Auges reingerannt. Druck neutralisiert. Äh. Egal. Sinn da. Ja. Kannst halt nicht mehr viel mit Taktik machen. Nein. Das ist ein kleines bisschen unglücklich gelaufen am Ende, möchte ich behaupten. Äh, trotzdem, wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da, wenn du noch auf dem Kanal bist. Ein Abo wäre ziemlich geil. Und dann sehen wir uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Und may the farm be with you. Der große